Und die scheint nicht irgendwie zeitlich abzulaufen. Die ist einfach an. Da links sieht man, es ist blau. Wir leuchten auch leicht blau. Also, alles gut, wie es scheint. So, jetzt müssen wir irgendwie hier lang. Und jetzt? Hier knallt das wieder ordentlich. Ähm, ja doch. Der Gang, warte mal, was denn hier noch? War ich hier schon drin? Hier war ich schon, ne? Das war dieser eine kleine Gang. Raum, Gang, Graum. Ähm. So, hier. Verwende die Zugangscodes, um in den Pumpenraum zu gelangen. Jawohl, ja. Konsole für Zugangscodes. So, und jetzt, pass mal auf. Aktiviere die Sicherheitsverriegelung. Ja, aber erstmal baue ich jetzt hier, äh, eine Wachkanone auf. Und suche mir ein, wo sind die kleinen? Da sind die kleinen Medipacks. Rüstung ist aktiv. Jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Guck mal, hier liegen nämlich ganz viele Leute rum. Hier können wir erstmal ordentlich abgrabbeln. Oh. Deaktiviere die Steuerung für das auslaufende Gift. Äh, und wo? Sturmgewehr. Das kommt eigentlich, hallo. Das kommt eigentlich ganz gelegen, Geld. So, die deaktivieren wir mal. Und ich glaube, es war eine gute Idee, da unsere Kanone hinzupacken. Ähm. Oh Mist. Oh. Hallo, Kanone. Oh. Oh. Und jetzt muss ich noch einmal da durch. Wohin denn? Ne, irgendwie hier lang. Zwölf Sekunden nur noch. Scheiße, scheiße, scheiße. Uah. Oh. Das war knapp. Deaktiviere die Sicherheitsverriegelung. Luftgemisch nominal. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ähm. Trotzdem müssen wir jetzt hier noch... ...irgendwas anderes machen. Sicherheitsgedönsrad-Dingens. Okay, das ist da. Warum kommt hier mal Gift raus? Was soll denn das? Wer hat denn sowas gebaut? Ja, gut. So. Konsole für Sicherheitssteuerung. Tödeln wir mal rum. Ja, natürlich. So, erstmal ein bisschen in Sicherheit hier. Was um alles in der Welt geschieht hier, Conrad? Mir wird ein allgemeiner Stromausfall für dein Deck gemeldet. Schalte den Strom sofort wieder ein. Stromausfall, Hauptsystem aktiviert. Folge den Wegpunkten zum Stromgenerator. Das kann ich gar nicht lesen hier. Hilfe. Unsere Wumme da macht aber gute Arbeit. Ähm. Gut. Hier kommen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen irgendwie hier außenrum wieder. Das ist natürlich wahrscheinlich wieder im totalen Chaos ausartet. So. Hallo? Ja, ist ja eine super Tür hier. Die macht ja voll, voll Sinn. Unidentified Lebensformen detect Ja. Oh. Da steht ja einer. Ey, mach mal auf. Okay, der... Hält er sich da? Äh, nein. Das war ja ein super Soldat. Oder was? Jetzt geht die Tür wieder auf. Oh, guck mal, hier können wir aber speichern. Ich sagte, hier können wir speichern. Mann! Leute, was soll das denn? So, kleines Midi-Pack. Gerne. Kein Geld. Hier liegt kein Geld. Willkommen in den Testen. Da müssen wir 7.000 für hinblättern. Da hole ich mir doch lieber noch ein bisschen Muni. Crates, ja, Gegenstände. Wir können auch hier mal ein bisschen verkaufen. Und zwar diese hier und diese dort. Bestärkte Rüstung lasse ich mal. Gewachkanone für 3.000. Kann man sich das eigentlich vorstellen? Hier kommt die dann unten aus einem Schlitz rausgeplöppt oder was? Da kann ich mir die eine Packstation liefern lassen. Komisch. Ähm, nee. Erstmal ein bisschen Muni. Wir brauchen Muni. Auf jeden Fall die hier. So. Ja, ja, ich weiß es. Mein Gott. Lasergewehr. Solange wir das nicht haben, würde ich sagen, ähm, holen wir es auch noch nicht, ne? Oder habe ich das schon? Das habe ich doch noch nicht, ne? Das wäre mir aber aufgefallen. Jetzt gucken wir nochmal nach Gegenständen. Ich glaube, da sind wir aber noch ganz gut, ähm, bedient. Fortschritt speichern. Das machen wir auf jeden Fall. Zack. Zack. Ja. Klatsch. So, warte mal. Das ist der Flammenwerfer. Das, ne, das ist der Flammenwerfer. Was ist das denn? Oh. Ups. Wir haben das Lasergewehr. Doch, wann haben wir das denn aufgenommen? Oh, das muss ich aber gleich mal ausprobieren. Na dann, äh, holen wir dafür doch mal ein bisschen Muni. So. Speichere ich aber nicht. Ja, ja, bitte. So, das muss ich aber gleich mal ausprobieren. Das sieht aber interessant aus. Hier war da noch so ein Gruselle, oder? Na? Hm. Nicht schlecht. Ich dachte, das nimmt man irgendwie ein bisschen, ähm, spektakulärer auf. Guck mal, das reflektiert. Das ist ja nice. Das reflektiert von den Wänden. Ähm, Moment. Kurzes Hüsterli. So, ähm. Müssen wir denn hin? Irgendwo nach links von hier aus. Na? Uah. Flammenwerfer, Munition komplett. Oh, das ist aber, äh. Da ist ja noch einer. Wo bist du? Äh. Äh. Naja. Intelligenz sind sie nicht gerade, ne? Mehr Masse statt Klasse. Ehrlich Geld. Sieht doch wie eine Falle aus. Ich nimm's. Weil das ist Geld. Ne? So. Ich kann mal zumindest mal viel looten. Das ist gut. Und ich hör's tapseln. Das ist hier noch eine verstärkte Rüstung. Unsere hält aber erstaunlich lange. Das ist ja ruhig hier, ne? Da soll man ja recht sein. Da können wir ihn mal kurz nachladen. Und dann... So mit dir hier. Ach so. Ah. Wahrscheinlich werden wir gleich den Strom wieder anmachen. Dann geht's hier los. Deswegen lass ich den Strom noch aus. Verstehst du? Kann man nämlich hier nochmal ein bisschen rumlooten. Guck mal. Hier liegt nämlich noch Geld. 200 Geld. Leichnam. Ich dreh mal um. So. Leichnam. Leichnam. Alter. Was hier los ist? Nichts Interessantes. Das ist zwar viel. Aber man weiß ja nie. Schleiderkanone, siehst du? Wo bist du? Da hinten. Das ist ja sehr ruhig. Brauchen die Viecher vielleicht Strom? Sind die wie die Duracellhasen? Haben die einen Generator im Arsch? Guck mal hier. Was ist hier los? Das ist Fragmentgranate. 500 Geld. Nichts Interessantes. So. Und jetzt sind wir einmal rum. Na. Du hast mich überrascht. Oh. Da unten ist noch einer. Aber wie man sieht. Es ist wirklich. Aktivieren den Stromgenerator. Yo. Mach ich. Wäre auch meine Idee gewesen. Aber ihn will ich ja noch mitnehmen. Flammenwerfer. Achso. Das war er mit der Muni. Ah. Na gut. Na gut. Na gut. So. Konsole für Ersatzstromgenerator. Na super. Hauptstromnetz überlastet. Na gut. Na komm ran. Aua. Hauptstromnetz überlastet. Was soll man denn jetzt machen hier? Körper durchsucht. Kleines Medipack. Sehr gut. Ähm. Ah. Da hinten leuchtet es jetzt grün. Nicht mehr rot. Sondern grün. So. Was muss ich hier tun? Stromnetz A. Okay. Hier haben wir wieder Saft. Aber wahrscheinlich auch nur hier. Netz B müssen wir jetzt reaktivieren. Ich nehme an, dort leuchtet es auch grün. Jawohl. So. Mach hin. Okay. Neuaktivierung des Hauptstromnetzes. Hauptstromnetz aktiv. Starte den Stromgenerator neu. Na hoffentlich klappt das. Damit unsere Geschütztürme hier auch mal wieder. Successful. Sehr gut. Sicherungsgenerator aktiviert. Strom wiederhergestellt. Alle Systeme aktiviert. Verriegelung, Hypopultur und Brieselungskammer aufgehoben. Fremdkörper entdeckt. Okay. Jetzt geht es ab hier. Jetzt geht die Luzi ab. Was ist das, was ich mache? Oh, 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 oh. Wir nehmen einfach mal den Flammenwerf her. So. Das war's. Das war's schon. Mehr ab da nicht. Luschi's. Area clear. Area clear. Sicherheitsverriegelung aufgehoben. Fremdkörper neutralisiert. So, das können wir Ihnen nämlich auch mal hier. Folge den Wegpunkten zur Berieselungssteuerung. Was ist denn das? Läuft dort RTL oder wat? Folge den Wegpunkten. Kann ich jetzt nicht hier durch? Ah, super. Ah. So, ich bleib erst. Lass ja noch genug Uni haben. So. Was ist mit dir, Kollege? Dich haben wir schon, wa? Ähm. Das sagt mir aber irgendwie, dass wir hier richtig sind. Ich hätte nochmal... Warte mal. Kann ich hier nicht nochmal speichern? Wo war denn hier der Speicherpunkt? Hier muss ich ja nicht mehr lang, ne? Ne. Na, dann gehen wir einfach mal hier so weiter. Na, wo seid ihr? Brz. Eigentlich ist der Flammenwerfer auch gar nicht so schlecht. Der hat schon ordentlich Power. So, hier sind wir richtig, ne? Und jetzt können wir hier weiter.